dass der daraus jetzt nicht irgendwie zugucken kann oder so. Ach, das ist dieses Teil hier von unten, lol. Ach, super. Seid ihr eigentlich immer noch in der Höhle? Wir sind bei dem Slime-Spawner wieder. Ja. Okay, ja, ich komm mal zurück, weil irgendwie nutzt Stripmine hier nix. Da vorne gab es doch noch einen Weg, wenn wir nicht gegangen sind. Genau, da vorne runter, oder da vorne lang. Vielleicht sollte ich mich extra ausziehen fürs Stripmine, vielleicht finde ich dann ja Gold. Da ist Gold. Und er hat sich nicht mehr ausgezogen, Steve. Wow, Creeper, hinter dir, geh weg. Ja. Wow, jetzt hat er dich erwischt. Ah, nee, er hat kein Damage gemacht. Ich wollte gerade an der Seite vorbei, weil da hinten war ein Abgrund, da wollte ich auch nicht runterjumpen. Das wäre ebenfalls nicht so gut gewesen. Alter, kommen die immer her? Das fragen wir auch gerade, Alter. Das Drecks wird mich wieder erschreckt, bis zum sonstwohin. Ihr seid unter mir. Emerald, da vorne ist nochmal Gold. Ah, hier seid ihr also, okay. Wir sind in Minenschacht gerade. Wir sind in Minenschacht gerade. Hast du irgendwo eine Verbindung zu Minenschacht? Ich habe mich gerade gefunden. Ich glaube hier... Ach, noch ein Emerald. Welches Level hast du gehabt bekommen? 15. 15. Ah, okay. Nein? Geh zu. Ah, ich habe eine neue Höhle gefunden. Und hier ist... Ende. Schade. Schade. Schade, schade. Aber mittlerweile haben wir echt viel Gold. Da ist... Ne, ich habe 6 Gold nur. 15. Nach der Seite. 18. Ich glaube wir haben genug, oder? Ich denke eigentlich auch. Wollen wir zurück. Erstmal, ja. Erstmal würde ich sagen, in der Höhle so weit wie möglich hochgehen und dann werden wir nichts mehr weiterfinden. Schnell drauf. Einfach hochgraben. Aber ich muss jetzt nochmal kurz hier unten gucken. Ich wette, hier ist noch was. Pass auf. Nein. Verdammt. Sonst hätten wir uns geärgert, wenn da was gewesen wäre. Hier ist auch noch eine Höhle. Achtet mal. Ich habe auch noch Gold, ne? Wie viel? 10 oder so. 10 oder so. Krass. Dann passt das ja. Na gut, dann haben wir denke ich mal echt genug. Und hier ist auch nichts. Ah, da oben geht es noch lang. Ah ne, hier waren wir schon. Ich habe einen Enderman. Lass ihn in Ruhe, nicht töten. Wir haben schon einen gekillt. Haben wir schon einen gekillt? Nein. 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 Wo ist Wenjen? Ich sehe ihn nicht. Ich bin da irgendwo so eine Spirale nach oben gegangen. Warte mal. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Moment. Da ist er. Ich sehe ihn. Ich halte mich mal hier fern. Hä? Wo bist denn du? Hm? Wo bist denn du? Hier. Ich stand seit der Wand. Ach da. Da kriegt er den. Oh, das sind zwei. Der ist. Nicht angucken. Nicht angucken. Du hast gewichter. Mach es. Du musst angucken. Angucken. Guck hin. Nice. Eine Perle. Immerhin. Nach drei Enderman. Nach drei Enderman. Noch hoch? Ja, hier ging es irgendwo hoch. Nein, hier gibt es nicht. Nein, nein. Nein, hier ging es ein Stück höher auf jeden Fall. Oh? Ach da. Da bei mir. Ist überall noch unbelichtet. Noch ein Emerald. Die Emeralds gibt es aber auch nur einzeln. Die gibt es nicht in der Gruppe. Das sind keine roten Tiere. Oder besser gesagt die Herze. Moment, da ging es hoch glaube ich. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Links oder rechts rum gegangen? Rechts rum. Rechts, rechts. Und hier bin ich mich reingegangen. Ja, hier ist der Ausgang. Hier kommt er raus. Ja. Ja. Seelisch. Na gut, dann haben wir auf jeden Fall immerhin schon mal gehabt. genug Erz. Dann können wir in der nächsten Aufnahme dann auf jeden Fall uns an die Endermänner wagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann müssen wir nur noch das End finden. Das wird auf jeden Fall auch noch lustig. Na Moment. Da war irgendwo so ein fetter Schacht, ne? Wo war denn der? Der dürfte ja nicht so schwer zu finden sein. Ja, das war doch auch so ein kompletter Steiner. Nee, hier nicht. Ich glaube, warte, wir müssen den Spawner finden. Dann finden wir den. Hier war dieses Loch. Ich glaube das war hier drüben. Ja, hier geht es raus. Ja. Da ist noch ein Dschungel. Waren wir da schon mal? Nee. Aber gibt es einen Dschungel, was Interessantes für uns? Ein Dschungeltempel. Aber das war es eigentlich. Da kann halt Gold in den Kisten sein. Ja, toll. Habt ihr Java 6 oder Java 7? 7. 7. Ich habe keine Ahnung. Jetzt kommt's. Ich habe Java 3. Nein, nein, nein. Ich habe Java 3. Genau. Und ich habe Java 3. In der Richtung gibt's noch Regen. Oh, ohne Regen. Egal. Meine Frames können das. Wie viel habe ich gerade? 60. Ich habe 30 FPS gerade. 60 habe ich. Ach, das chillt. Aber der Regen kann nützlich sein. Das hast du ja gesehen, Yannick. Ego bett. Wieso ist denn der nützlich? Ja, wir haben... Er hat mich getötet. Ja, ich habe mich von hinten angeschlichen. Und habe ihn in die Schlucht gekickt. Und er hat es nicht gemerkt, weil der Regen so laut war. Hat mich nicht gehört. Ja, er hat mir erst zwei Hits mitgegeben. Dann habe ich mich umgedreht. Kurz überlegt. Ich glaube, ich kämpfe es. Das hat sich nicht gelohnt. Ich habe leider auch mein Lava immer vergessen. Da hat mir der auch nichts mehr gebracht, glaube ich. Und dann bin ich noch weggesportet. Aber so im Sport hat er mir einen mitgegeben. So dass ich einen schönen Bogen gemacht habe. Und genau in die Schlucht. Rot? Nein, beim Ebenbettel, David. Nicht jetzt. Nein, nicht jetzt. Nein, nicht jetzt. Warte, dann sind wir richtig. Ja, ja. Hier müssen wir lang. Einer vorne. Ich müde mich dann jetzt. Ich sage schon mal tschüss, ne? Jo. Video schreibt mich gleich an wegen einer anderen Aufnahme, ne? Ja. Haut da rein. Willst du so? Haust du rein. Bis zur nächsten Aufnahme. Wenn du dann wieder da bist, vielleicht. Vielleicht. Wow! Home, sweet home. Yay. Halleluja. Die Tür ist zugegangen. Schnell alles in den Ofen. Ja, das können wir ja auch noch brennen gerade und so. Jo. So. Hat wer von euch noch Dias? Ne, ich habe nur Smaragde, beziehungsweise Emeralds. Ich habe zwei Dias noch. Dann haben wir 13. Ein Helm kostet 5. Das heißt, wir könnten theoretisch zwei Helme machen. Das ist korrekt. Ne, ich habe noch Eisenhelme. Hat David Schaden bekommen? Nein, oder? Ne. Ne, ne. Warte mal, ich verzauber mal. Level 8 Verzauberung, ne? Verzaubern kann ich ja nicht auch mal wieder. Weil ich mache da meine Schuhe, denke ich mal. Weil ich habe jetzt Level 18. Komm, ich will irgendwas mit Level 18. 13, 13, 12, 7, 9, 15, 10. Komm. 17, ich will 18. Wenn dich nämlich im 17. 15 ein. Mann, hallo. Da 17. Federfall 3 und Schutz 2. Neu. Das ist gut. Ja, ist nicht übel auf jeden Fall. Kann ich irgendwo runterspringen? Cool. Versuch's. Blast Protection auf meiner Dierhose am Arsch. Ja, ich habe ja Feuerschutz 2 drauf gehabt. Ähm. Ich will hier runter springen. Ich habe mein Schwert. Das machen wir jetzt. Hui. Ja, mache ich gleich auch noch. Scheiße. So, warte mal, ich gucke mal eben fix. Wie lange wir schon aufnehmen? Knockpick 1. Willst du mich verarschen? Wie viel Level? Ja, gesamt habe ich jetzt 20 verbraucht. Boah. Also, noch 7 Minuten, dann hätten wir jetzt komplett eine Stunde. Dann verdröten wir noch irgendwie 7 Minuten, ok? Ja, ich mache die Tränke in der Zeit gerade. Alles klar. Ja, wir können ja auch gleich einen Trank benutzen. Weil ich habe ziemlich viel Flaschen. Ihr habt noch mehr Glasfaschen? Glasfaschen? Haben wir die Fläche in der Kiste liegen? Ah, ne. Wir haben noch Glas. Wir haben noch Glas unten. Dann hol mal was und mach mal ein paar Fläschchen. Ja, bloß schon unten. Was, was soll ich machen? Hol' ein bisschen Glasfaschen. Glasfaschen? Glasfaschen? Glasfaschen mach ich sonst aber. Hol' auch Glasfaschen. Glasfaschen. Woll' noch schnell schlafen gehen, damit der Regen aufhört? Ja, ich komm' hoch. Ach, ne. Ist da unten. Ist da unten, ne? Oh, genau. Aber es wird dunkel. Langsam. Dann kann es nicht mehr dauern. Seh nix. Hast du jetzt Glas? Wird Glas? Ich hab' noch kein Glas gefunden hier. Moment, ich weiß noch welche Kiste das ist. So viel. Das reicht schon wieder. Zu viel nachdenken. Ich glaub' da oben ist bloody in eternal time gone. Ja, guck, hab's gefunden. Ah, der da, wo ist das Ding drin? Ja. Ich hab's schon. Gut. Äh, wo ist die Ramschkiste, wo alles mögliche alle reinschmeißen? Dann schmeiß' ich da auch mal meine Sachen so ungefähr rein. Die ist, wenn du... Ja, ich hab's doch schon gefunden. Ja, okay. Da macht das Glas drin übrigens. Achso. Okay. So. Hast du noch Flaschen? Ja, hab ich herangetan. Ja. Ja. Mal erstmal das. Äh. Aber ich hab' auch noch nen Eimer Milch dabei. Jo, wegen der Cave Spiders noch mal. Ne. Ich glaub' jetzt können wir dann gleich schlafen gehen. Na, ich probier' mal. So, das Gold. Ja, wir können nun schlafen gehen. Jo. Jo, Sekunde. Quatsch. So, das und das. Dann hau' ich grad' noch ne Funke, ne Melone rein, damit es da was macht, während ich schlafe. Komme! Du liegst in meinem Bett! Und... Wie echte Chat hier aussieht. Ja. Der Chat ist toll. Tröme schlafen. So. Kann man noch nicht über Treppen sprinten in der Version. So viel schlechte Sachen. Ne. Kann man jetzt bei 1,5, ja? Und bei 1,5 kann man noch schneller craften und alles mögliche. Mit jeder Menge Spiders. Und bei 2,5 kann man da arbeiten. Das bin ich schon so gewohnt. Ich nehm' ja selber momentan grad' kein anderes Minecraft auf, außer Survival Games vorhin. Und sonst hab' ich ja keine andere Minecraft-Projekte. Was du ausprobieren könntest, ist Falldown. Weißt du das? Das ist... Das ist ein cooles PvP-Spielmodus auch. Auf jeden Fall. Okay. Falldown. Hast du das mal auf deinem Channel gemacht? Ja, hab' ich gemacht. Okay, schau' ich gleich mal vorbei. Ja stimmt, davon hab' ich auch gehört, dass das ganz gut sein soll. Das macht halt mega Spaß, aber die Server sind nicht so die Besten. Also es geht eigentlich, aber sagen wir's so, wenn die voll sind, dann leckt's meistens. Okay. Na gut, warte, fallen wir uns gleich nen Trank, weil ich brauch' ja einen. Ja, sind schon wieder welche drin. Nehmen wir da mal. Kommen wir zusammen. Also ich brauch' keinen. Ich hab' nur einen halben, ich brauch' keinen. Ja, aber damit alle was davon haben. So. Passt. Cool, ich hab' wieder volle Herzen. Jo, ich auch. Äh, so. Wasserflächchen. Äh, Quatsch. Nice. Also ich kann jetzt nochmal neun Tränke machen. Okay. Das heißt, wir haben insgesamt 14 Stück. Krass. Ja, ich denk' mal, das reicht. Das ist auf jeden Fall ein bisschen. Das wird reichen. Ja, dann nächste Aufnahme auf jeden Fall Endermänner suchen, ne? Klasse auf jeden Fall, ja. Wissen wir schon wo? In der Wüstenlandschaft. Dann müssen wir noch zwei Dia-Helme machen, auf jeden Fall. Hab' dir zwei nen Bogen schon? Ja, ich hab' nen verzauberten Bogen. Ja. Power 1? Werke 1. Okay, Moment. Ich hab' Flamme 1. Was? Ja, ich überleg' grad, ob ich mir vielleicht nen Bogen mit 20 Level mache, Bob. Ja. Was ich jetzt mal mache. Moment. Lass' dir weg, Mensch. Lass' dir weg, Mensch. Lass' dir immer im Kreis. So. So. Ähm. Da rein. Ich glaub' mein' dir 18 Level auf'n Bogen oder auf'n Schwert? Auf'n Schwert hab' ich auch noch nichts. Ich glaub' auf'n Schwert versuch' ich dann 30 drauf zu hauen. Wenn's was bringt. Aber mein Diamantschwert ist auch schon zu 3 Viertel abgenutzt. Ich stell's mal einfach da hin. So. Oh. Hm. Hat wer von euch 8 Level? Nope. Ich hab' nur noch 1. Wofür? Da könnten wir die 2 Power 1 Bogen, die wir noch in der Kiste haben. WB Dados. Äh, könnten wir den Power 2 Bogen draus machen. Ich hab' 8 Level, ja. Moment. Das geht ja auch nicht, um das Q-Dropen. Ja, du hättest mir nur einen geben, denn ich hab' ja auch einen. Ich hab' ne Frage. Das gehört irgendwie voll zum Tutorial. Vini? Ja. Wieso... Wieso will der nicht... Kostet mich sogar nur 7 Level. Okay. Wieso... Wieso was? Bettdateien will dann nicht öffnen. Ich erklär' dir das gleich nachher, okay? Okay. Wie lange haben wir noch Lust? Oh, wir nehmen nur noch 2 Minuten aus. 2 Minuten. Möcht' wer den Bogen haben, oder soll ich den nehmen? Äh... Kannst du ruhig haben. Ich hab' wie gesagt meinen Flammer 1. Ja, ich hab' auch nen Power 2. WTF, da steht, es kostet 7 Level und es kostet... Und es zieht mir eiskalt 14 Level ab, WTF. Mhm. Auch gut. Naja, egal. Vielleicht hast du 430.000 mal draufgeklickt. Mhm. Hast gezählt? Das wird's sein. Ja. Könnte dann daran sein, in der Version war doch das Schmieden noch verbuggt, oder? Das haben die ja erst gefixt. Kann gut sein. Also warte, da muss jetzt noch Schwarzpulver rein. Mach' ich mal wieder zu, sonst kommen da die Pigments ran. Kann nie wissen. Steht ja immer noch, Blue sein Pornostübchen. Naja, wenigstens startet Minecraft wieder normal. Yay. Ey, in nem Haus kann man ne schöne Jumpmap reinbauen. Aber man sollte ja nicht da runterfallen, das wär schlecht. Ja, ich hab ja jetzt schön Fallschutz. Ne, wenn man hier runterfällt, dann bekommt man keinen Schaden, glaub' ich. Nicht? Geht's aus. Tränke, macht schneller. Ah, ich hab ne Idee, was ich noch machen könnte jetzt eben. Blub, 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 Wasserflasche, blub, 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 blub. Ich mach' noch ein paar Bögen, ne, weil die Bögen sind das Wichtigste, was wir dann brauchen. Ne. Und dann können wir die alle so Low Level enchanten, oder halt, äh, etwas höher ist, und wenn Power 1 rauskommt oder Power 2, dann können wir die zusammen schmieden, sodass jeder im Endeffekt dann einen Power 3 Bogen hat. Na, alles klar. Ja, für Power 3 brauch' ich ja jetzt zwei Power 2 Bögen, ne? Ja. Und ich hab' eben auch schon einen Power 2. Was brauchen wir die Bögen? Für den Drachen oder für die, äh? Ja, für den Drachen. Ich will die aber mit Schwert besiegen, ne. Sobald du, sobald du in Schwert, äh, Reichweite kommst, fliegst du runter. Mhm. Ja, wieso, wenn wir das aufnehmen, sieht das bestimmt lustig aus, oder so. Kann er ja gerne. Hehehe. Davos möchte doch als erster sterben. Ne, ich will der Einzige, der überlebt. Er tölt einfach uns alle und stirbt dann selbst. Ja, genau. So wird's aussehen. Er war von Anfang an auf der Seite des Enderdrachen. Ja, sicher. David ist korrupt. Richtig. 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 klar. Ja, in der nächsten Aufnahme dann hoffentlich wieder mit dem Daros. Ja, genau. Wenn das denn kriegt. Oh mein Gott, das ist klar. In der nächsten Folge von Minecraft Ultra Hardcore. Ich hab was gefunden. Was? Kennt ihr Deutsche, die sagen, du bist in Deutschland geboren, also bist du halb Deutscher? Ja. Wenn ein Hund in einen Kuhstall zur Welt kommt, ist er dann eine halbe Kuh. Okay. Auf Facebook gerade. Ja, gibt voll Sinn. Ja gut, dann einfach bis zur nächsten Aufnahme von Ultra Hardcore. Ich hab natürlich, ihr hattet wie immer Spaß. Und dann sag ich einmal Tschüss, bis zum nächsten Mal und reingehauen. Jo. Tschüss. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Jo. Ah.